Den brauchen wir nur noch für das Teleporter. Superlegstab haben wir. Osmium Zeolith. Osmium Zeolith. Zwo Pulsar und ne Opsi. Ne mit, ne mit, ne mit. Zwo Pulsar und ne Opsi. Wieso bin ich jetzt noch beim, ja weil wir noch nicht beim Superleg sind und sind beim Uran und machen jetzt erst mal eins nach dem nächsten fertig, richtig. Das haben wir. Dann können wir hier raus. Düsen zum Uran. Bauen beim Uran. Ein Teleporter auch. Ein 3er Uran rein. Öffts. Hatten wir hier hinten alles gelootet? Hatten wir noch was in der Kisten drinne? Warte mal, fangen wir hier mit der Kisten ein. Anzüge mitnehmen. Kisten leer. Hier drinne hatten wir doch alles weiter gelootet, oder? Wir nehmen hier den 2er Schrank. Äh, 2er Bohrer mit Schrank. Wollen wir hier nochmal drinnen nachgucken, ob hier auch wieder was aufgegangen ist? Nein, ne? Wir haben nur... Wir haben nur drüben geguckt. Denn hier hat man gelootet. Was kann ja sein, dass hier unten auch nochmal eine Tür aufgegangen ist? Ne, zum Glück nicht. Oder auch schade, das ist nicht, ne? Okay. Was ist denn das? Ja, das sind unsere Superlack. Okay, falsch abgebogen. Dauermalack zu beobahnen. Hui! Nicht durcheinander kommen. Müsst du jetzt aber hier irgendwo sein, oder? Leck. Großer Leck. Ja, wahrscheinlich deswegen. Äh. Eisen. Warte mal, ich muss mal hier was zur Seite stellen. Ist nervig, wenn meine Maus dann immer zu hängen bleibt. Ach komm, wir haben hier das ganze Eisen weg. Gesaugt. Ja, aber ich hätte ja auch nur... in den Bohrer gucken brauchen, das sind 2er. Da ist bestimmt Eisen drin. Dann stellen wir hier noch ein Grünbegrün mit rein. Natürlich! Ich suche noch ein Eisen. Lass mal rausnehmen. Bauen wir ab. Bauen wir ab. Bauen wir ab. Herstellungsstation. Voran. 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 Das wäre auch Eisen gewesen, ne? der Grafik. Wie geht der? So. Teleporter. Ey, das der immer andersrum stehen muss. Teleporter. Uran Mich war kurz und wir hatten doch eigentlich hier stehen Da drin Uran Logistik Angebot Uran Hier nehmen wir ja was raus Zerlegen der Gerät Wir haben alles voll Wie gut bis hier Nein keine laufen mitnehmen bitte Schaut mal weit laufen Ne wir müssen ja jetzt gar nicht mehr laufen beim Uran Genau Die hatten wir auch hier Nein machen wir nicht Wir bauen hier nichts um Ho Sweet home Sofort vor zum Uran 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 reinbauen Reinlegen Andrücken Nachfrage Uran anfordern Jawoll Damit haben wir das A Eisen Eisen wegpacken Magnesium habe ich gesehen Nein nicht Teton Sili Teton brauchen wir noch Da haben wir noch eins mehr Da haben wir noch eins mehr Sili Kobalt Anzüge Komm hier rein Sortieren Wui Zernächste Ist super leck Wir brauchen schon wieder was zu essen Die Arbeit macht anscheinend hungrig Hammer Titan Ja Hammer Ich habe extra rausgeblüht Vorratsschrank Ja Bisschen Lagerarbeit müssen wir zusammen machen Das kann ich nicht alles offline machen Also kann ich schon aber Ich weiß nicht ob du das so schön für bist Superlegion Ö Ö Ö Ö Ö Jetzt fangen wir ja wohl nicht an Hier noch Sachen richtig zu schreiben Superleg Genau Fub Fub Abbauen Trüben aufbauen Eisen brauchen wir nicht Superleg Raus Superleg Stäbe Ein zurück Superleg Nachfrage Superleckierung Superleckierung Was würde ich ihn jetzt machen Aus dem Wegpacken Ja Und rüberlatschen Superleg Holen Und umstellen vor allem Das darfst du mal nicht vergessen Das umstellen Wenn du es hier nicht umstellst Kann der nichts holen Wobei er es auch schon hier rausholt Auch wenn wir hier nicht nach Hier liegt es drin Und da kann es holen Wir brauchen nicht mal einstellen Nachfrage Nö Angebot haben wir schon reingestellt Deswegen Cool Haben wir gleich mitgedacht Jawohl Ein Angebot Superleg Ho Alu 3 Stück Es fühlt sich Es fühlt sich Es fühlt sich Es wird Sehr schön Krass Haben wir Superleg gelöst Jetzt kommt Schwefel So Schwefel Heb auf Nimm mit was reingeht Das können wir eigentlich auch mal probieren Wenn wir das vorher schon einstellen So Eisen Was meine ich Indem wir vorher einstellen Nachfrage Schwefel Packen wir die restlichen Schwefel rein Habe ich noch Was mit dem Stab brauchen wir noch genau Das sieht aus aus mir und das nächste genau So Uiuiuiui Aber es wird es wird Und das sogar mit System Das ist cool so Leute muss so So Und dann bauen wir hier ein 3er auf Mit Schwefel Mit Schwefel Angebot Schwefel Mal gucken wir rein ob sie schon was raus geklaut haben So ist der auch weg Schwefel wird auch nachgeliefert Schick schick Muss ich mich dann zwingen den Schwefel liegen zu lassen Ne nicht zerlegen Ich will nur reingucken Jawoll Jetzt ist Wasser da Jutsu Ich schwäfel gar nicht voll Nett nett Eisensilie Magnesium Kobalt Den brauchen wir Haben wir aber nicht Magnesium Kobalt Osmium Osmium Auch das nächste Da ist ein Superluck Und dann haben wir Wir haben es gleich Wir haben gleich die Jawoll die Leiterplatten sind weg Damit kommt hier jetzt so Osmium rein Ab Nimm mit Nimm mit Ein paar Krähen Ein raus Zerlegen Aha Hier ist nicht mehr 1 2 3 4 5 6 Boah Dann Hier haben wir sogar jetzt die lange Front Hier stehen gar keine Zwischenwände mehr Da können wir die ganzen Samen sogar noch hier hintereinander stellen Stickstoff Methan Das sollten wir vorher dort hinstellen Bevor wir die ganzen Samen um die Ecke ziehen Dann können wir auch die Blutensamen dort noch mit rein setzen Cool Und die ganzen Ecken können wir dann auch hier noch die ganzen Blümchen reinsetzen wie hier Hätte ich nichts dagegen Kannst doch mal in die Kommentare schreiben ob du das auch lieber hättest Hier irgendwo noch ein paar Zimmerpflänzchen mit dran Neige Klatsch Nein ordentlich in die Ecken Oder hier in der Mitte Ja So in diese Abteilung hier nicht direkt Sondern Sodass man schön drüber stolpern kann Wasser Nicht Nahrung Ab Rein damit Eisen brauchen wir sicherlich nicht Was würde ich hier jetzt noch machen Osmium umbauen genau Osmium Stab haben wir Wir brauchen 2 Titanen Wir verlassen uns nicht darauf dass die hinten drin sind Das ist eine Drohne Manu So Pilze dürften auch schon wieder ausgewachsen sein Ach das geht Froschdeich Dann können wir wieder 3 Leiterplatten bauen Können wir weitermachen Aber ist krass ne 3 Leiterplatten 3 Schränke Da ist in der ganze Weile was zu tun Wieso habe ich mich nicht hier hingebordet Wie heißt Heißt wirklich Osmium Ok Zufall zum porten Ja Zufall zum porten What Das hier wird es nicht Das Blitz Einmal sind auch etwas mehr Ok Osmium Vielen Dank.